Willkommen zur Lerneinheit über Konsolenbrowser, Textbrowser und damit willkommen zurück in die 90er des letzten Jahrtausends. Links ist so alt, ja gut, etwas jünger als der Webbrowser von Tim Berners-Lee. Man musste sich in diesen Jahren halt begnügen mit zeichenbasierten Terminals. Grafikterminals waren im Web der Gründerjahre die Ausnahme. Die Frage, wozu braucht man heute noch einen Textbrowser, ist prinzipiell berechtigt, wenn sie die Milliarden von Servern im Netz adressiert. Die werden natürlich die Grafik-Alternative, Firefox, Opera, Safari, Google Chrome oder Conqueror und ähnlichen mehr benutzen. Aber die Frage richtet sich hier, schauen Sie sich das Quiz hier an, zu rechten, an Sie. Das heißt, an Sie Web-Ingenieure und Ingenieurinnen ins P. Und anstelle einer Folie sollten Sie die Antwort-Alternativen lesen. Und ich verrate Ihnen, glaube ich, nicht zu viel, dass hier alles sehr sinnvoll formuliert wurde. Wenn wir schon hier sind, auf der Iversity-Plattform, diesmal sollten Sie unbedingt meine Empfehlung hier unter Literatur und Anhänge sich anschauen. Ich werde das jetzt auch gleich im Screencast demonstrieren. Sie sollten sich Gedanken machen, wie man einen Sicherungspunkt, einen Snapshot, eine Momentaufnahme der Kurs-VM erstellt. Weil wir schicken uns an, als Root etwas zu administrieren, installieren. Unbekannte Software, das kann natürlich zu einem Totalabsturz unserer VM führen. Oder sagen wir besser zum Host-System. Und da brauchen wir sowas wie ein Backup. Wenn es um die Installation von Tools geht, brauchen Sie spezielle Rechte. Ich werde Ihnen den Unix-Befehl sudo zeigen. Und zum Installieren brauchen Sie ein Paketverwaltungswerkzeug apt für Debian-Systeme. Und dann können wir den URL-Text-Browser, obwohl er wird heute noch gepflegt, Links installieren mit einem Einzeiler. Und die modernere Variante, ein Fork von Links über, ja, was war das eigentlich, Links2. Das ist ein Wortspiel, also dieses Links, spricht man nicht Links, sondern Links. Und die tschechische Gruppe, die das weiterentwickelt hat, hat sich dann zu einem experimentellen Link entschieden. Und E steht aber heute für, ja, wofür steht es denn? Extended, ja, oder Ähnlichem. So, kommen wir zum ersten Punkt, zum Sicherungspunkt und gehen wir zu unserer Virtual Box. Das ist das gewohnte Bild, aber zumindest das meinige. Und, naja, ich hätte es vielleicht erst mal so zeigen sollen. Das ist Ihr gewohntes Bild und Sie haben diesen Knopf vielleicht noch gar nicht getätigt. Sicherungspunkte. Ja, und wenn Sie dort das Kamerasymbol klicken, dann wird der aktuelle Zustand der virtuellen Maschine gespeichert. Und zwar komplett. Mit allen Einstellungen, mit dem Status Quo Ihres Gastsystems und der dort befindlichen Tools und deren Status. Also ein Snapshot, eine Momentaufnahme. Hat den großen Vorteil, dass, wenn etwas schief geht, wir in dieser Zeitlinie zurückgehen können. Mal angenommen, die Linksinstallation schlägt fehl. So können wir, ich kann das. Sie haben noch keine Sicherungspunkte angelegt. Kann ich auf den Initialzustand vor elf Tagen zurückgreifen. Verliere allerdings alle anderen Zustände. Wenn Sie sich hier über Developer einloggen, sind Sie ja ein ganz normaler Unix-User. Ja, vermeintlich ein ganz normaler. Sie haben schon gewisse Rechte. Nämlich, Sie stehen in der SU-DUA-Liste. SU steht für Substitute User und verleiht Ihnen Root-Rechte, wenn Sie das Root-Passwort kennen. Wenn das aus Sicherheitsgründen nicht hinaus posaunt werden sollte, zu einer größeren Gruppe, nämlich die ca. 9000 Teilnehmern hier. Aber die VM ist unkritisch. Die Passwörter sind bekannt. Dann macht man es über SU-DUA-Listen und schaltet Gruppen oder auch einzelne Personen entsprechend frei. Und diese Gruppen brauchen nicht das Root-Passwort. Sie arbeiten mit dem eigenen Passwort. Schauen wir uns das an. Wir öffnen das Terminal. Ich schalte Ihnen das mal groß. Und, ja, wir wollen was installieren. Bevor man etwas installiert, sollte man das Betriebssystem auch mal auf einen aktuellen Stand bringen. Wir machen das mit dem Paketmanager, Advanced Packet Management Tool, apt. Wenn Sie das versuchen würden, so, auf diese Weise, und mit einem Get, da gibt es viele Kommandos danach, und sagen, okay, aktualisieren, update, dann wird der meckern. Das ist eine Sperrdatei. Auch diese schöne Übersetzung ins Deutsche. Gut, ist gesperrt, kann nicht geöffnet werden. Ja, Sie haben nicht die entsprechenden Rechte. Also nehmen wir das Serverwort sudo, wenn der Root-Admin entsprechend das eingerichtet hat, substitute-user-do, alles bei Wikipedia bestens erklärt, und versuchen es jetzt noch einmal mit diesem apt-get-update. Und jetzt erwartet, also das sind kritische Aktionen, die wir tätigen. Normalerweise brauchen Sie Root-Rechte, aber er verlangt nicht das Passwort von Root, sondern das von Developer. Und das heißt Developer. Und nun wird abgefragt bei SecurityDebian.org, FTP.de, Debian.org, und wir haben das Uisi-Release, und ich habe das auch schon mal gemacht. Bei Ihnen wird einiges mehr durchlaufen, denke ich mal. So sind alle Pakete auf dem aktuellen Stand. So weit, so gut, und jetzt, ich habe es schon getan, ihr Kommando wäre, naja, das müssen wir, doch, können wir so machen, statt update install. Und jetzt, und jetzt, als erster Schritt, den URL-Textbrowser links. Mal schauen, wie der sich verhält, wenn das schon installiert ist. Und wir sind auf der neuesten Version. Es wurde nichts unternommen. 6 nicht aktualisiert, was auch immer. Das heißt, in dem Moment kann ich jetzt schon links aufrufen. Tue ich noch nicht. Das zweite Paket, was Sie runterladen sollen, ist der weitergeführte Textbrowser links2. Und der heißt eLinks. Links2 ist an der Parallelentwicklung eLinks. Und auch hier, ich hatte es schon installiert, sind keine Neuerungen gefunden worden. Bei Ihnen läuft das etwas länglicher durch. So, und dann können Sie links aufrufen. Und Sie sollen nach Iversity gehen, auf die Plattform, in den Kurs, in die Lerneinheit und dort die Diskussionsaufgabe bearbeiten. Ich zeige Ihnen das gleich. Also, die Domain aufrufen, iversity.org Was will er von mir? Einen Keks? Ne. Iversity bietet mir den Keks an. Ja gut, dann, ja. Und welcome to Iversity. Ein etwas anderes Look and Feel dieser Website. Und Ihr Job ist es heute, mit den Navigationsmöglichkeiten, die unten stehen, sich durchzuhangeln bis zum Diskussionsforum. Und dort eine, tja, Juhu-Meldung zu hinterlassen. Und zwar mit beiden Textbrowsern, damit Sie auch mal sehen, dass es Alternativen zum Links gibt. Und der iLinks ist durchaus in der Lage, auch Tabellen, Frames und ein bisschen CSS zu rendern. Ja, rendern ist der falsche Ausdruck, zu interpretieren und zur Anzeige zu bringen. Hier sollen Sie also ohne Grafik, ohne Klimbim, ohne V-Civic, ohne Optik hinfinden. Das ist schon einigen gelungen, ohne dass man hier weiter etwas erzählen musste. So, installieren Sie bitte die Textmodusbrowser, Links und iLinks in Ihrer Kurs-VM. Auf dem Mac oder unter Windows sowieso nicht, hat man das ein oder andere Problem. Rufen Sie iVersity.org auf und besuchen Sie diesen Diskussionsfaden und schreiben Sie als Antwort, nicht als Kommentar, bitte. Hier sind schon wieder Kommentare eingegangen. Ja, wie Sie sich gefühlt haben, was Sie erlebt haben unterwegs. Ob Sie Links oder iLinks präferieren oder doch lieber Ihren Internet Explorer. Wir sehen uns.